Crossfit ist genauigkeit. Crossfit ist Durchhaltevermögen. Crossfit ist für mich Kraft. Crossfit ist ständige Abwechslung. Also das war schon immer für mich einfach selbstverständlich, dass ich, wenn ich mit Leuten Sport gemacht habe, und das war nicht selten, denen ich etwas beibringen wollte. Ganz automatisch war das so, auch wenn man gesagt hat, man geht miteinander zum Sporteln, man macht das oder das. Immer wenn ich ein bisschen mehrer gewusst habe oder irgendeinen Geheimdruck gekannt habe, habe ich dem erzählen müssen. Und somit hat sich das ergeben, dass ich einfach immer da auch von den Leuten umgesprochen worden bin und gefragt worden bin, will ich denn ausschauen, kann man das machen oder das. Irgendwann ist dann das Crossfit dahergekommen und wir haben bei mir im Garten angefangen, dass wir da ein bisschen abeinander geworden sind. Und das war dann nochmal eine andere Geschichte, weil das Crossfit halt einfach so mitreißend war und so geil, dass wir einfach nicht mehr loslassen haben können. Und so ist das immer weitergegangen und bis wir irgendwann gesagt haben, IT-Fix, das macht so viel Spaß und das ist so geil, da müssen wir was machen. Dann habe ich meinen besten Sandkasten-Spessel, Dominik fragt, wie es ausschaut und dann haben wir abpackt. Und dann war es gut und ich würde es nicht machen, wenn es nicht so geil wäre. Ich wollte Leben verändern und da habe ich mit meinem Umfang getan. Weil wenn man sein eigenes Leben verändert und Spaß und Freude an ihm hat, glücklich ist damit. Wenn man sich selber liebt, dann kann man das auch an Menschen weitergeben. Das war der Grundgedanke für mich, so eine Box aufzumachen mit dem, was ich auch liebe und was ich schon immer gerne da habe. Sport und Fitness, das war schon immer meins, seit ich kleines Kind bin. Und dann habe ich meine Passion zum Beruf gemacht. Ich habe Sport studiert, passt, ich komme mit Leuten gut, super. Und wie ich schon gesagt habe, bis der Sandkasten-Spätzl hat Bock auf das. Und dann haben wir zwei eben abpackt. Wir wollten da was schaffen, Leben verändern. Und deswegen haben wir die Box aufgemacht. Crossfit ist für mich ein leichter Lifestyle. Ich habe eigentlich schon immer viel Sport gemacht. Ich habe viel Maschinen sammacht, viel gelaufen. Ich habe schon einen Marathon gelaufen und habe mich eigentlich für fit gehalten. Ich habe dann, oder wollte für mich eigentlich auch wieder etwas mit Kraft machen. Aber das Fitnessstudio hat mich einfach aufgeregt. Und dann habe ich einen Artikel gelesen über das Crossfit. Und das hat sich brutal interessanter gehört. So ein bisschen abrausend und es dann in Rosenheim aufgemacht. Und dann sind wir gleich mit dazu. Und ich habe mir dann erst einmal 10er-Karten gekauft. Und die 10er-Karten war dann schnell weg. Ich bin mittlerweile festes Fit gelebt und fahre fünfmal in die Woche. Das ist einfach ein absoluter Suchtfaktor. Man freut sich jeden Tag. Und ich stehe jeden Tag um fünfmal auf. Fahre dann in der Frühstil ins Workout. Das erste, was ich mache, ist natürlich auf Facebook und schauen, was es für ein Workout ist. Es ist einfach brutal gut. Es ist wahnsinnig effektiv. Ich habe zehn Kilo abgenommen. Obwohl ich wie gesagt vorher auch schon Fußball gemacht habe. Die Natur, glaube ich, aufgebaut. Es ist ganz viel technische Fähigkeiten dazu gekommen. Es ist einfach unheimlich vielseitig und anspruchsvoll. Und das ist das, was mir gefällt. Und es ist die Gemeinschaft total gut. Wenn man mal Bad auch nicht war, weil man krank ist oder was. Ich habe schon aufgeschrieben, was ist los? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo kommst du denn wieder? Und das macht echt Spaß. Lauter netten Leute. Super Geschichte. Zum Crossfit gekommen bin ich eigentlich über meinen Nachbarn. Der hat voller Begeisterung erzählt. Er macht jetzt eine Crossfit-Box auf. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das? Und er hat erzählt, wie toll das ist. Und hat mich dann eingeladen, ich soll doch zur Eröffnungsfeier kommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, Sport wollte ich eh schon wieder mal machen. Ich bin Mama von zwei Kindern und da hat man einfach wenig Zeit. Und ich war auch unzufrieden mit meinem Körper nach den zwei Schwangerschaften und wollte eigentlich wieder was tun und mehr tun. Ich habe mir das angeschaut und bin zur Eröffnungsfeier gegangen. Ich habe das erste Mal so ein Workout mitgemacht und war erst einmal fix und fertig. Es war brutal anstrengend. Aber es war auch so, dass ich danach gedacht habe, wow, du hast was geschafft. Es hat einfach einen Suchtfaktor, das Crossfit. Ich bin heimgekommen, mein Mann hat gesagt, wow, du schaust gut aus, du strahlst. Was haben sie denn mit dir gemacht? Und das Schöne ist einfach auch, ich kann auch meine Kinder mal mitnehmen. Es ist einmal der Hund dabei. Es ist einfach so eine große Familie dort. Man freut sich, wenn man sie sieht. Die Kinder sind gerne dabei und ich komme einfach dazu, wieder mal Sport zu machen. Und was halt auch toll ist, man nach so einem Workout, man ist total stolz auf sich oder ich bin total stolz auf mich. Das ist einfach nur ein schönes Gefühl, wenn man daheim kommt und weiß, man hat wirklich was getan. Und ein Crossfit ist für mich, der zum Lebensinnahe geworden. Ein Crossfit ist für mich eigentlich seit einem Jahr das einzige, was mich nur interessiert. Ich möchte in jedem Workout nur besser werden. Ich möchte immer an meine Grenzen gehen, ans Ultimum gehen, meine Kraft, meine Ausdauer, meine Bienen für Mobilität, alles zu verbessern. Und ja, einfach im Allgemeinen ein perfekter Athlet zu werden. Das erreicht man halt in Crossfit meiner Meinung nach am schnellsten. Ich habe davor viel Sport gemacht, Boxen in alle Richtungen, am Mountainbiken oder Laufen. Aber durch Crossfit merke ich auch so richtig, dass meine körperliche Konstitution und Standhaftigkeit und allein meine Haltung sich um Welten verbessert hat. Und ich kann nur sagen, Crossfit ist der Wahnsinn. Crossfit hat zumindest mein Leben komplett verändert. Vorher mit Crossfit angefangen habe, habe ich mich ziemlich unwohl gefühlt. Ich war 20 Kilo schwerer und absolut unfit. Und bin durch einen ehemaligen Eishockey-Spitzel an Dom vor gut einem Jahr zum Crossfit gekommen. Der hat gesagt, hey, ich habe da was für dich. Wir machen eine Box auf, schaust mal vorbei, wir machen dich wieder fit. Und bin dann hingegangen zur Eröffnung, habe das Ganze angeschaut und habe mir gedacht, ja, wo ist das einmal? Seit dem Beginn nicht mehr gegangen. Ich gehe mittlerweile vier bis fünf Mal in der Woche in die Box. Man hätte es durch nichts mehr müssen. Man trifft da drin einen neuen Freund. Das Ganze hat nichts von einer Fitnessstudio-Atmosphäre, sondern es hat eher etwas von Umschau-Sport. Und in so einer Box herrscht eine einzigartige Stimmung. Jeder feiert jeden an. Das Trainieren macht einfach wahnsinnigen Spaß. Und ja, nebenbei werden wir auch noch wirklich fit. Ich fühle mich so fit wie in meinem ganzen Leben. Auch nicht zu der Zeit, in der ich Eishockey gespielt habe. Und das ist einfach ein Wahnsinnsgefühl, Sachen zum Schaffen, da wo man gedacht hat, man schaut das nie. Mehr Crossfit in meinem Leben. Nicht nur müssen, das ist mittlerweile mein Ein und Alles. Verwoordnungsgeheis Der R afm 벌ueren. Für mich ist das gleiche,ocarạiie auf homogeneous Nails. Und das ist alles R rechtsgef Jab меч ist. Wenn du fast besser bist das Kauf alles? meisten SchONG macht es fleisch aside.